Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge KimDevMonster. Heute einmal mit einem sehr spaßigen Bild. Dieser ist ein bisschen spezieller. Ihr werdet auf jeden Fall den Slenderman benutzen müssen. Sehr viel, denn wir wollen seine beste Waffe herstellen. Und wir brauchen auch ein Spediculous. Das heißt, nicht so ganz favorisierte Expansions müssen da auf jeden Fall eingebaut werden. Das Ganze trägt den witzigen Fun-Namen Gorblatschow. Warum, zeige ich euch gleich. Es ist wieder etwas abgefahren. Deswegen stellt euch schon mal darauf ein, dass es ein bisschen länger dauert, das Video. Aber das macht total viel Spaß. Allein das Theorie-Crafting hat mich schon begeistert und wäre für mich auf jeden Fall ein Grund ein Slenderman, häufig zu jagen, um seinen Hammer dann craften zu können. Und wir zeigen euch jetzt erstmal, worum es hier überhaupt geht. So, der Gorblatschow hat wieder die ganz normalen Survivor-Stats. Ihr kennt mittlerweile von mir schon Clan of Death, Survival of the Fittest, 1-2-2. Dann haben wir eine Lederrüstung. Warum? Das liegt eigentlich hier an den Affinitäten. Lederrüstung ist ganz gut. Wir haben vier Rüstungen überall. Das heißt, wir können gerade mal so ein Hit tanken. Wird aber noch besser, verspreche ich euch. Und wir sind immun gegen Bash. Das Ganze bedient sich den Gloomhammer. Und es hat auch eine Blutungskombo mit drin. Deswegen Gor, also Leiden, ja, Verstümmelung und so weiter. Blatt vom Blut und Schoff einfach, weil es witzig ist, Gorblatschow in Gorblatschow umzunennen. Und das Lederset, das kennt ihr. Und wir gehen hier natürlich auf den Kolbenmaster. So, zuallererst zum Gloomhammer. Ich denke, ich mache nochmal zum Slenderman ein eigenes Video, wie das Ganze funktioniert mit dem Crafting. Schaut euch das dann an oder lest es euch im Buch durch. Ich werde das jetzt hier nicht zu ausführlich erklären. Auf jeden Fall braucht ihr den Gloomhammer dafür. Ja, Gloomhammer hat halt mit 13 Stärke eine der höchsten Grundstärken im Spiel. Plus ein Würfel ist auch noch deadly und hat Reach. Wenn wir mit dem Gloomhammer verbunden, wird unsere Attacke beendet. Wir kriegen das Monster-Controller-Teil und das Monster rennt weg. Jetzt denkt ihr euch, das klingt natürlich ein bisschen unvorteilhaft, weil so kann man ja nur eine Wunde machen. Das stimmt. Da kommt aber noch ein kleiner Trick. Das zeige ich euch dann gleich. Erstmal noch die Basics abarbeiten. Kolbenspezialisierung. Auf einem Perfect Hit dürfen wir den Mundwert verdoppeln. Das heißt, mit dem Monster-Tooth-Necklace und dem Gloomhammer und unserer Basis-Stärke haben wir schon mal 17. Dann werden wir bestimmt auf 20 kommen. Heißt, auf einem Perfect Hit werden wir 40 Stärke haben. Auf einem normalen, ja, Survivor haben wir so 20 Stärke. Und die Mastery war, wenn wir doppelt so viel Stärke wie Tuffness erwürfeln bei unserem Versuch, dann kriegen wir eine extra Wunde. Das heißt, dann ist es gar nicht so schlimm, dass wir nur noch einen Hit treffen. Das Coole daran ist, wenn wir erst angreifen können und sich das Monster wegbewegt, können wir uns in die andere Richtung bewegen und sind safe. So, und nun wird es langsam ein bisschen spezieller, denn dieser Survivor blutet sehr gerne. Er legt quasi alles daran, um zu bluten, denn dann passieren folgende Dinge. Der Ring hier ist mit eins der coolsten Sachen, die es gibt. Unique, also einzigartig, ein Accessoire, gibt uns nochmal extra Rüstung auf die Hand. Wir müssen alle drei roten Affinities, ja, erfüllen. Deswegen Monster Tooth-Necklace. Hier könnte auch ein Dungbeetle-Batch sein, aber mit der Stärke und der Kolb-Spezialisierung harmoniert das ein bisschen besser. Und das Lederset arbeitet hier für uns mit den beiden roten Affinitäten. Und der Effekt ist, wenn wir ein Bleeding-Token bekommen und der Monster-Controller sind, kriegt das Monster eine Wunde zweimal pro Runde. Ihr merkt schon, wenn ihr aufgepasst habt, durch den Gloom-Hammer kriegen wir das Monster-Controller-Teil. Das heißt, wir holen uns aktiv den Monster-Controller, um den Monster mit Bleeding-Schaden an dem Wunddeck vorbeizumachen. Wie können wir das jetzt anstellen? Da gibt es eine ganz einfache Sache und die einzige Grundbedingung, die euer Survivor erfüllen muss sozusagen, ist, dass er Story of the Young Hero hat. Dafür muss er das White Speaker Event triggern. Und das ist nicht zu verwechseln mit den White Secret. Also das ist das, wo er für zwei Endeavor in der Siedlung darauf würfelt. Wenn ihr da das Ergebnis Story of the Young Hero würfelt, also möglichst hoch, dann könnt ihr zu Beginn eurer Runde diese Geschichte erzählen und euch dann nochmal beißen sozusagen. Dann kriegt ihr zwei Bleeding und ein Survival. Das heißt, ihr holt euch hiermit halt den Monster-Controller mit dem Gloom-Hammer und holt euch dann Bleeding, weil at the start of the act... So, da musste ich nochmal einen kurzen Cut machen, verzeiht mir, aber ich musste das nochmal nachchecken mit Story of the Young Hero. Und zwar at the start of the act. Das hatte ich vorher ein bisschen übersehen. Ihr kriegt halt zwei Bleeding und ein Survival. Das können wir triggern, wenn wir halt drankommen. Das Ding ist, der Monster-Controller ist dann schon vergeben worden und wir können das nicht gezielt triggern. Das heißt, wir müssen während eines anderen Survivor-Turns zum Monster hin-Dashen und mit einer Search-Aktion dann den Gloom-Hammer betätigen. Wenn das dann der Fall ist, dann können wir das Monster verwunden und kriegen das Monster-Controller-Teil. Das heißt, unser Act kann dann noch anfangen. Wir dürfen aber nie als erstes den Zug beginnen. Wir müssen quasi unsere Survival-Actions dafür aufwenden, im Zug des Monsters das durchzuführen. Ist ein bisschen schwieriger. Dafür gehen halt diese zwei Wunden jede Runde, also jedes Mal, wenn die Survivor und die Monster dran waren, ja, können wir das durchführen. Das heißt, wir kriegen immer zwei Wunden am Monster-Deck vorbei. Heißt, um es nochmal zusammenzufassen. Erst das Survivor ist dran, wir searchen, wir dashen, wir verwunden das Monster, wir jagen es weg, wir haben das Monster-Controller-Teil. Zu Beginn des Zuges kriegen wir zwei Bleeding und ein Survival. Das heißt, wir brauchen noch nicht mehr groß an Survival-Spender oder ähnliches denken. Wir machen zwei Wunden, was sowieso das Maximum ist und mit Bandagen können wir das immer wieder runternehmen. Das heißt, in unserer Aktion werden wir wahrscheinlich vom Monster wegrennen und dann nochmal, ja, uns verbinden. Und dann nächsten Zug wieder ran searchen, wenn das Monster zurückkommt, ran dashen und das Ganze von vorne. Und das immer und immer wieder. Wenn wir der letzte überlebende Survivor sind, ist es ganz einfach, dann haben wir immer das Monster-Controller-Teil und ja, dann brauchen wir da nicht mehr so ein Hiccup drum machen. So. Dann das Zusätzliche. Wenn ihr mit Lonely Tree spielt, könnt ihr eine Frucht bekommen, wo ihr das Nightmare-Blood kriegt. Und Nightmare-Blood ist supergut. Immer wenn ihr ein Bleeding bekommt, kriegt ihr eine Rüstung zu allen Hit-Locations. Das heißt, wir werden pro Runde nicht nur zwei Schaden safe machen, sondern unsere komplette Rüstung um zwei erhöhen. Da das Monster von uns wegrennt nach dem Gloomhammer und wir in unserem Akt meistens auch vom Monster wegrennen, wird es nicht an uns rankommen und wir werden sehr selten Ziel einer Attacke werden. Das heißt, in dieser Kombination, also eigentlich braucht ihr eine Story aus The Young Hero, zusammen mit einer Frucht, die ihr gezielt farmen könnt und die dann dieser Survivor ist, könnt ihr halt einen Survivor machen, der erstens selber richtig stark verwundet, zweitens Wunden am Monster-Deck vorbeimacht und drittens dabei auch noch Rüstung stackt. Das ist schon ziemlich krass. Wenn wir das aber noch maximieren wollen, können wir versuchen, da Survivor zu nehmen, die bestimmte Fighting Arts haben. Ganz klar ist hier der Masochist, der eignet sich am besten, also wenn ihr die Fighting Art auf einem Survivor habt, dann macht ihr mit ihm Story aus The Young Hero und gibt ihm die Nightmare Frut, denn jedes Mal, wenn er Bleeding bekommt, kriegt er auch Survival und Insanity. Dann sind wir schon bei zwei Survival und einem Insanity Shield, was er zusätzlich zum Rüstungsschild auch aufbaut. Das ist richtig gut. Clutch Fighter, sobald wir drei Bleeding haben, können wir ein Stärke und ein Accuracy bekommen. Das hilft uns ein bisschen mit dem Gloomhammer zu treffen, weil eine 7 Plus ist jetzt nicht so hoch, eine 6 Plus, also 50 Prozent der Fälle mit zwei Würfeln, ist schon ein bisschen sexier und es lässt sich sehr leicht aktivieren, ist aber ein Spiel auf Messerschneide, weil wir werden immer in zweier Schritten unsere Blutung hochstecken. Das heißt, wir haben erst zwei Blutungen, dann haben wir vier Blutungen und bei der fünften würden wir schon sterben. Das heißt, Clutch Fighter, da müssen wir uns immer schnell wieder runterbandagieren und dann in der Zeit, wo wir angreifen, halt auf Blutung sein und dann wieder schnell die Blutung runternehmen. Dann habe ich hier noch zwei. Einmal Uncuttings Fighter, das minimiert natürlich das Risiko, dass wir uns selber an der Blutung sterben, weil wenn wir bei vier sind und kriegen eine Reaction ab, müssen doof auf der Tabelle würfeln und kriegen Blutung, dann sind wir hops. Das können wir hiermit entschärfen oder wir können auch vier Survivor losschicken, wovon wir nur diesen Gloomhammer-Typen wirklich haben wollen. Die anderen sollen alle im Fight sterben, damit wir möglichst viel Endeavor haben. Mit Gräber wären das schon mal sechs extra Endeavor und dann würden wir Last Man Standing triggern. Wir werden nicht mehr genocked downed. Wir waren sowieso schon immun gegen Bash, aber sind jetzt halt immer auf dem Bein und können nicht mehr an Bleeding sterben. Das heißt, wir brauchen die Aktion für Bandage nicht mehr und können uns eins zu eins dem Monster stellen und in jedem unserer Act halt zwei Survival, zwei Rüstung auf alle Locations und das Insanity bekommen. Das ist das ganze Ding. Ich finde diesen Blutungsbild richtig spannend, gerade mit der Möglichkeit über den Gloomhammer das Monsterteil zu bekommen, was sonst auch eine eher sehr spezielle und schwer zu kraft eine Waffe ist, die hier einen richtig krassen Sinn ergibt. Also allein schon mit der Kolbenspezialisierung ist die richtig gut, aber ja, hiermit ist das einfach krass. Rein theoretisch könntet ihr immer vor Monster weglaufen mit diesem Survivor und dann halt gucken, dass ihr wirklich euch die ganze Zeit blutet. Also erzählt euch die Geschichte des jungen Helden, wie der das durchlitten hat und das Monster geht daran einfach zugrunde. Finde ich richtig witzig, wird mir richtig Spaß machen und ja, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ihr findet dieses auch so abgefahren wie ich und ich wünsche euch noch viel Spaß mit Kingdom Death Monster. Euer Kim Death Monster. Ciao, bis zum nächsten Mal.